Ein knackiges High Five in die Runde, mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinen Kanal. Ja Freunde, heute spielen wir die Luca Tarigo Stufe 6, der Tech Trees, der italienischen Zerstörer. Und was soll ich sagen, wie bei den anderen auch, ich mag sie sehr gerne, auch wenn die Tarigo doch so ein paar Nachteile hat, beziehungsweise einen relativ starken Nachteil und der ist ganz einfach zu erklären. Wir haben den Nachteil, dass unser letzter hintere Turm doch einen ziemlich bescheidenen Winkel hat. Das bedeutet, wir müssen wirklich sehr breit fahren, damit wir hier wirklich alle drei Geschütze bedienen können. Und das kann natürlich dazu führen, dass ihr da auch ordentlich mal eine kassiert. Trotzdem durchweg besser als die FR-25. Warum? Ganz einfach, weil dieses Schiff Struktur hat. Dieses Schiff soll ein GAN-DD sein und genau das ist es und das kann es sehr gut. Bei der FR-25 sieht man einfach, dass da irgendwie keine Struktur hinter ist. Man wusste nicht, wie man sie wirklich einsetzen möchte, ob als GAN-DD, als Torpedo-DD oder vielleicht als Hybrid. Also da ist überhaupt kein Konzept dahinter und deswegen ist sie halt auch leider nicht gut. Und bei der Tarigo, wie gesagt, ist das Konzept da. Sie ist ein GAN-DD, kein einfacher GAN-DD, das sage ich auch ehrlich dazu. Aber sie ist ein GAN-DD und die Aufgaben kann sie wirklich gut bedienen. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zum geschichtlichen Teil. Keine Sorge für die Geschichtsmuffel, die ist wirklich sehr, sehr kurz, weil zur Tarigo ist leider nicht sonderlich viel bekannt. Die Kehlegung war am 30. August 1927 und die Dienststellung am 16. November 1929. Sie war 107,3 Meter lang, 10,2 Meter breit und hatte eine Gesamtverdrängung von 2621 Tonnen. Die Luca Tarigo gehörte zur Navigatori-Klasse, davon wurden zwölf Schiffe gebaut. Leider ist der Tarigo nicht viel bekannt. Die Klasse wurde anfangs als Erkunder bezeichnet, da sie nur für Aufklärungsaufgaben vorgesehen waren. Ab 1938 wurden sie allerdings dann als Zerstörer klassifiziert, da Aufklärungsaufgaben dann von Flugzeugen übernommen wurden. Benannt nach dem Seefahrer und Entdecker Luca Tarigo, 14. Jahrhundert, der Zerstörer sicherte vom 17. Dezember 1930 bis zum 15. Januar 1931 im Südatlantik den Formationsflug Balbos von Italien nach Brasilien. Die Luca Tarigo nahm von 1936 bis 1938 am Spanischen Bürgerkrieg teil. Während eines Geleitzugseinsatzes am 16. April 1941 vom britischen Zerstörer versenkt, versenkte jeder noch den Zerstörer HMS Mohawk. Mehr ist leider zu diesem wunderschönen Schiffchen nicht bekannt. Sehr schade, ich hätte gerne ein bisschen mehr gesagt, aber wie gesagt, leider ist zu ihr nicht mehr bekannt. Was ich halt sehr geil finde, so eine Anordnung an den Geschützen gleich auch noch als Zwillings-Türme, das sieht schon cool aus. Also das hat man so auch noch nicht gesehen, mag ich total gerne. Gut Freunde, schauen wir uns einfach mal an, was ich so in die Bude eingebaut habe. Als allererstes habe ich logischerweise das Zielsystem Mod 1 drin. Als zweites habe ich hier wieder den Andries Mod 2 drin. Das ist bei den Italienern wirklich vom Vorteil, weil sie wirklich eine gewisse Zeit brauchen, bis sie auf Fahrt kommen. Weil eine Ruderstellzeit haben sie von Haus aus wirklich eine gute. Dann haben wir hier da ein System Mod 1 drin und die drei Sachen, die man so oder so einbaut. Also Torpedos, 533 mm, dann Zielausfallssystem SDT 7 Mod 2 und zum Schluss den Rumpf B. Kommen wir zur Ausrüstung. Wir haben dabei Schadensbegrenzung. Wir haben logischerweise den Abluftnebler, äh Abluftnebler, den Abluftnebelerzeuger. Wirkungsdauer 31,8 Sekunden, dauert der Nebelwand 10,6 Sekunden. Nachladzeit 120 Sekunden, vier Stück dabei. Und wir haben hier viermal den Motorboost, Höchstgeschwindigkeit plus 25% Wirkungsdauer, leider nur 26,8. Ich hoffe, dass da wirklich die Wurge mir nochmal ein bisschen nachbessert. Nachladzeit 150,7 Sekunden und wie gesagt, vier Stück dabei. Spezifikationen sind wir ja gestern schon bei der, oder vorgestern bei der FR-25 durchgegangen. Überleben haben wir hier 24 Punkte, 15.700 Panzerungen, 6 bis 16 Millimeter, also nicht so viel. Artillerie haben wir hier 3x2, 120 Millimeter. Ich muss ehrlich sagen, die 120 Millimeter bei RTDs mag ich wirklich am liebsten. Feuerreichweite 10,5 Kilometer, Nachladezeit 5,4 Sekunden, Dauer von 80 Gradkehre 12,9 Sekunden. Sprenggranaten, Höchstschaden 1921, Brandwahrscheinlichkeit 7%. SRB-Granaten, Höchstschaden 2938. Torpedos, haben wir hier 2x3, 533 Millimeter, Nachladezeit 70 Sekunden, Dauer von 80 Gradkehre 6 Sekunden, Höchstschaden 10.000. Torpedo-Erkämmerkeit zur See 1,1 Kilometer, Torpedo-Reichweite 10 Kilometer, Torpedo-Geschwindigkeit 56 Knoten. Ja, ihr merkt schon, wir haben ja die FR-25 auf Torpedos geskillt gehabt und haben die gleiche Nachladezeit. Klar, sie hat einen besseren Schadensoutput, was die Torpedos angeht, also die FR-25 und auch schnellere Torpedos. Aber sonst würde ich ganz ehrlich sagen, sind die Torpedos von der Tarigo doch tausendmal interessanter. Wir haben 10 Kilometer Reichweite, das ist sehr geil. Klar, sie sind langsam mit 56 Knoten, dafür mit 1,1 Kilometer gehen sie recht spät auf und 10.000 Schaden. Klar, ist jetzt nicht der Höchstschaden, den wir so kennen auf T6, aber damit lässt sich auf jeden Fall gut arbeiten. Flugabwehr 17 Punkte, Manövrierfähigkeit 85 Punkte, 36,9 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 610 Meter, Wendegreisradius und 4 Sekunden Ruderstellzeit. Tarnwert, ihr wisst, die Italiener haben einfach keinen guten Tarnwert, brauchen sie aber auch ehrlich gesagt nicht. 6,5 Kilometer zum Wasser, 3,3 zur Luft und eine Garantie-Deckernbarkeit von 2 Kilometern. Ja, Panzerung brauchen wir uns nicht angucken, Übersicht haben hier Abluftnebelerzeuger, kann eine Nebelwand legen und in dieser Fall voller Geschwindigkeit verborgen bleiben, das stimmt. Ist oder kann mit SAP-Granaten ausgerüstet werden, die konsistenten Schaden verursachen, seltener abprallen, aber keine Brände entzünden können, das stimmt auch. Sichtbar unter der durchschnittlichen Verborgenheit, das Schiff ist für Gegner eher sichtbar, das stimmt auch. Gut, ich habe hier logischerweise wieder den Luigi Rizzo drauf, als Inspiration habe ich Vincent Mordoff und Erich Bay. Und Vincent Mordoff, um einfach nochmal die Nachladezeit runter zu drücken, man könnte hier aber auch den Sims drauf knallen, damit man einfach den Nachteil von dem relativ wenigen Leben nochmal ausbessert und sie dann halt einfach nochmal ein bisschen mehr TPA hat. Das geht auch, also man kann sie skillen, wie man möchte, wie gesagt, wichtig ist einfach nur, dass hier wirklich den Fokus eher auf die Gans liegt, weil wie gesagt, dafür ist sie halt bekannt. Wir haben hier aufmerksamen Zorn, um die Nachladezeit nochmal zu reduzieren, die Erkennbarkeitsreichweite von Torpedos zu erhöhen und eine Ruderstellzeit, ja, die wird dann leider um 10% verschlechtert, was man aber wirklich nicht merkt. Man merkt es wirklich nicht, also wir haben jetzt hier 10% Verschlechterung drin, wenn wir die rausmachen, ihr wisst ja, die FR hatte trotzdem eine schlechtere Ruderstellzeit, obwohl sie keinen aufmerksamen Zorn drin hat. Doch, wir hatten sie ja mit dem Luigi Rizzo drauf gemacht, okay, alles gut, aber merkt man bei ihr mit den 10% ehrlich gesagt nicht. Dann habe ich hier Mörser drauf, um den Schaden nochmal zu verbessern, ja, dafür verlieren wir dann halt 4% Erkennbarkeit. Dann habe ich hier 1000 Schnitte, um die Nachladezeit der Hauptgeschütze nochmal zu verbessern, ich muss aber ehrlich sagen, es ist immer ein bisschen doof, dass man dann halt wirklich blind ist, aufmerksam ist da im Großen und Ganzen schon deutlich wichtiger. Dann habe ich hier nochmal Nebel über dem Wasser, um die Dauer der Nebelwand zu verbessern und zum Schluss habe ich Leviathan, um den Maximal-ATP nochmal zu verbessern, dafür verlieren wir nochmal 3% maximale Geschwindigkeit. Gut, Freunde, das soll der Infoteil zur Luca Tarigo sein und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit dem Schiff gleich wieder im Gefecht, bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Luca Tarigo, wir sind hier Kampf zu einer Herrschaft von der Wege, begleitet werde ich von Tannenberg in seiner Arc Royal und Enemy in seiner Polterwa. Wir haben eine Ranger, Sharnos, Wars by B, Bayer, Markensen, Benson, Benson, Icarus und Avire im Gegnerteam. Bevor es jetzt hier natürlich losgeht, haue ich wieder direkt die Holy-Werbung raus, diesmal wieder mit dem Probier-Paket, damit ihr selber entscheiden könnt, welche Sorte euch zusagt und welche eher nicht. Nehmt die Codes mit, spart euch ein bisschen was, probiert's und seid glücklich! So, Freunde, hier seht ihr halt nochmal in aller Ruhe die Aufstellung, habe ich nochmal extra für die etwas langsamen unter euch nochmal aufgezeigt. Ja, und dann schauen wir uns in aller Ruhe mal die Tarigo an. Also, die Tarigo hat, wie gesagt, einen wirklichen Nachteil, das ist die Turmanordnung, also der Schusswinkel, damit ihr wirklich hier alle drei Türme benutzen könnt, ist leider wirklich nicht gut. Dafür ist sie recht wendig, das muss ich wirklich sagen, ne, sie ist schön, sie kann schön mit dem Schwänzchen wackeln, das gefällt mir wirklich gut. Das ist halt auch Pflicht bei einem Gandidee, ein Gandidee muss einfach agil sein, ähm, sonst hat er halt wirklich massive Probleme. Wir werden jetzt hier direkt schon Richtung B fahren, weil B ist eigentlich immer so der Spot, wo keiner wirklich hin will. Deswegen schauen wir uns in aller Ruhe mal B an und schauen mal, ob wir B eventuell auch einfach einnehmen können. Nachteil war mit der Tarigo bislang, dass ich halt wirklich immer in Runden reinkam, die halt wirklich sehr schnell entschieden waren, wo man halt wirklich nicht so richtig die Performance rausholen kann. Das finde ich immer sehr schade, aber das war hier eine Runde, die wirklich an sich sehr, wie soll ich sagen, nicht ausgeglichen von den Membern her war, aber man konnte halt wirklich mal sehen, was die Tarigo so kann. So, da ist schon die Icarus, gehen wir natürlich direkt mit SAP drauf, neun Kilometer, ja, da muss man halt mal gucken, dass wir da auch wirklich was treffen. Ja, eine Granate hat da nur getroffen, weil ihr seht, der Feuerbogen, der ist halt recht hoch bei den Italienern. Also es dauert, bis die Granaten da wirklich einschlagen. So, komm schon. Und wenn wir da halt überlegen, ne, dass wir mit einer Granate hier 970 Schaden machen und bei der FR-25 mit einer Granate dann meistens so bei 300 mit SAP lagen oder 200. Also das ist schon ein Unterschied, ne. Zack gibt's hier nämlich dann auch nochmal 2000 ins Gesicht. Also die SAP von der Tarigo fühlt sich umweltend besser an als die von der, ähm, von der FR-25. Also das sind wirklich Unterschiede von Tag und Nacht. So, War Spy dreht ab. Wir drehen aber jetzt hier in das Cap rein. Icarus war da ein bisschen zu aggressiv reingefahren, gerade da sie dann halt auch zu den CV gespottet war, ne. Warum sie nicht genebelt hat, obwohl doch, sie hat's dann versucht. Ein bisschen spät. Das hätte sie eventuell doch früher machen müssen. Man sieht ja die Flugzeuge auf der Minikarte, ne. Einfach mal auf die Minikarte gucken und wenn da wirklich die Flugzeuge aufleuchten und man sieht, alles klar, die fliegen in meine Richtung. Dann einfach frühzeitig einnebeln. Dann hätte er sich wirklich den, das schnelle Sterben auch, ähm, ja, sparen können. Na, War Spy fährt nicht mehr. Könnte es sein, dass die War Spy aus dem Gefecht rausgegangen ist? Scheint mir so. Was wir in letzter Zeit an Spielverlassern haben, ne. Das ist echt der Wahnsinn. Ich bin der Meinung, dass die War Spy sogar mit der Icarus in einer Division war. Ah, die Bayern könnte aber da Torpedos von uns naschen. Ja, die ist afgar. Also ich verstehe solche Leute nicht. Ne. Klar, es ist ärgerlich, dass sein Teamkamerad da oder sein Divisionskamerad da direkt rausgegangen ist. Aber es ist ja nichts entschieden. Es ist doch jetzt erst nur ein Schiff draußen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ne, da muss man doch nicht das Spiel verlassen. Also das ist schon, ne. Also so Leute kann ich nicht nachvollziehen. Dann sollen sie wirklich was anderes spielen gehen. Wenn sie keinen Bock auf Teamspielereien haben. Ja, also das ist natürlich jetzt ein Kill für uns gewesen. Beziehungsweise für unser Team gewesen. Den man sich einfach hätte sparen können. So, wir gehen jetzt hier weiter auf die Bayern. Boah, die hat er jetzt auch ordentlich gefressen. Und ihr seht, die SAP macht auch selbst bei Schlachtschiffen guten Schaden. Ah, 825, wollte ich gerade sagen, 852. Eben waren wir bei, glaube ich, 3000. Oder vorhin Batterie da, 1078. Ah, 1300. Ah, ein bisschen abbremsen, damit es uns nicht trifft. Jawohl. War nur ein 1000, an dem wir da gefressen haben. Schmeißen hier nochmal Torpedos raus. Ah, da werden wir beschossen. Da haben wir natürlich direkt den Himmel raus. Aha, da ist auf jeden Fall ein DD. So, da ist noch eine Markenzen. Torpedos ist dann raus. Was ich ja schon immer wieder sagte, was ihr bei den Italienern halt nicht erhoffen solltet, dass ihr durchweg hohen Schaden macht. Dafür sind sie einfach nicht konzipiert. Also, auch wenn ihr mal nur 30.000 Schaden auf der Uhr habt und habt trotzdem gefeitet und habt da eventuell zwei DDs rausgenommen, dann habt ihr richtig gute Arbeit gemacht. Also, lasst euch da nicht unterkriegen und verwirren und sagen, oh, ich hatte nur 30.000 Schaden, ich war schlecht. Nein, das ist eben nicht der Fall. Schaden ist einfach nicht anders. Ich lese das immer und immer wieder in den Kommentaren, dass Leute schreiben, boah, ich hatte eine Krake, ich hatte, keine Ahnung, so und so viel Schaden und war trotzdem nur Dritter. Ja, Freunde, weil Schaden und Versenkung eben nicht alles sind. Erstens kommt immer darauf an, was ihr für eine Schiffsklasse versenkt, weil EP-technisch sind DDs da immer am höchsten gelegen. Also, wenn ihr DDs versenkt, kriegt ihr da mehr EP als jetzt beim Kreuzer oder Schlagdienst. Und dann kommt es halt auch darauf an, wie man sich hier um die Caps kümmert. Cap einnehmen gibt enorm viel EP und auch Cap verteidigen gibt enorm viel EP. Und das sollten eigentlich auch so die Aufgaben eines Teams sein. Gerade bei Herrschaft ist einfach die Grundlogik da, dass man Caps einnimmt, was viele nicht verstehen. Ja, die Benson hat hier schön einen Torpedo von uns kassiert, fand ich richtig witzig. Ach, da hat sie uns der Enemy geklaut gehabt, ärgerlich. Aber ihr seht, die Bayern haben wir da auch schön versenkt mit unseren Torpedos. So, B gehört uns. Jetzt hatte ich einen leichten Sprachfehler. Gehört uns und haben wir auch super verteidigt. Und jetzt fahren wir natürlich Richtung A und versuchen da A zu nehmen. Was mich so ein bisschen ärgert, ich habe nicht darauf geachtet, wo die Flugzeuge von dem Flugzeugträger herkommen. Weil ich mir dann die Mühe machen wollte, nach der Scharnhorst einfach noch den Flugzeugträger zu jagen. Hatte aber keinerlei Ahnung, wo das Ding sein könnte. Deswegen achte ich jetzt mal so ein bisschen auf die Minikarte. So, jetzt ist die Frage, wie die Scharnhorst fährt. Sie fährt rückwärts. Da wollte ich sie eigentlich erst hinten abfangen. Und dann dachte ich mir, ja, mach das mal kurz. Nicht, dass sie dann doch wieder gleich nach vorne wegfährt. Wir haben hier ja auch gleich noch unseren Nebel wieder. Nachteil ist, wir haben leider keinen Motorboost aktuell. Das wäre noch sehr wichtig gewesen. Na, komm schon. Ja, sie ist auf jeden Fall nicht im Cap drin. Aber, wie ich sagte, sie fährt dann halt wieder nach vorne. Aber dreht auch schon wieder weg. Also Torpen wird schwierig. Torpen wird wirklich schwierig. Ja, da hätte ich vielleicht noch mal ein paar Sekunden mit dem Nebel warten sollen. Hier erstmal einen rausgehauen. Ne, habe ich doch gleich weiter rausgehauen. Ja, da hatte ich einen kleinen Leck. Dann wollte ich versuchen, sie anzuzünden. Jawohl, das hat auch funktioniert. Hat aber direkt gelöscht. Ja, man dreht halt leider ab. Na, Scharnhorst ist halt auch recht wendig, ne? Für ein Schlachtschiff ist hier wirklich wendig. Ärgerlich. Schade, ich hätte es gerne rausgetoppt. Oh, Tannenberg hat sich hier rausnehmen lassen. Von der Markenzen. War aber doch ein bisschen zu offensiv mit seinem CV unterwegs. Das macht er nämlich gerne. Und pusht er halt auch wirklich komplett mit dem CV rein. Ja, mal gucken, ob wir die Scharnhorst jetzt hier eventuell noch kriegen. Ich würde sie halt gerne noch einmal anzünden. Nein. Das hat das Spiel falsch verstanden. Sie sollte nicht mich anzünden, sondern ich hätte gerne die Scharnhorst angezündet. Aber RNG ist einfach nicht mehr auf meiner Seite. Funktioniert nicht. So, jetzt haben wir keinen Ruder mehr. Und wir brennen schon wieder. Also RNG ist hier wirklich auf dem seiner Seite. Dann nehmen wir halt SAP und schießen hier halt nochmal mit der SAP drauf. Und zack, Scharnhorst ist raus. Perfekt. Haben wir ja auch schön das Cap noch eingenommen. Das A Cap. Also hier sollte es auf jeden Fall wieder ordentlich EPs gehagelt haben. Ja, die Flugzeuge kommen von oben nach unten. Also Tandar meinte zu mir, der wird da hinten bei B, oberhalb von B stehen. Und da wollte ich natürlich dann nochmal schnell hinfahren. Dass ich vielleicht ihn dann auch nochmal versenken kann. Aber wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, wo er ist. Und er war dann der Meinung, weil die Flugzeuge gerade runterfliegen, dass er halt doch unten steht. Also wir hatten allesamt, keine Ahnung, wo der CV steht. Aber wenn er unten steht, dann hätte eigentlich der DD da unten ihn schon aufdecken können. Ah, die Flugzeuge fliegen runter. Der steht wahrscheinlich ganz unten. Da an der Insel. Und dann ist wahrscheinlich der eine DD wirklich an der Grenze von der Erkennbarkeit. Ah, die müssen da unten sein. Also der muss doch da unten sein. Ja, da bin ich natürlich dann völlig in die falsche Richtung gefahren. Aber auch bis da unten hin hätten wir es nicht mehr geschafft. Schaut euch die Punkte an. Punktetechnisch sieht es zu gut bei uns aus. Wir haben alle drei Caps. Das ist jetzt in wenigen Sekunden entschieden. Ja, sind wir da schon bei 992.95, 98 und das war es. Tausend. Ja, Freunde. Trotzdem eine solide Runde. Nicht die beste, keine Frage. Aber es war eine solide Runde mit der Tarigo. Und wir haben hier 60.546 Schaden gemacht. Zwei Schiffe versenkt. Dreimal verteidigt. Platz 1 zu 2430 Basis-CP. Zu Tandem mit 1904. Also ihr seht es, 500 Punkte mehr. Das ist schon mal ein bisschen was. Ah, die Ranger hat auch das Spiel verlassen. Schön. Und dann noch 188.166 Credits plus gefahren. Fazit zum Schluss. Tarigo ist nach wie vor auch ein schönes Schiff. Genauso wie die restliche Linie passt sich da wirklich super an. Nachteil ist natürlich der hintere Turm, den sie hat. Dass der vom Winkel her nicht so schön ist. Dass man wirklich viel breit fahren muss. Damit man hier wirklich alle drei Türme benutzen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist wirklich ein Nachteil von ihr. Aber trotzdem auf jeden Fall ein solides Schiff. Kann man sich definitiv in den Hafen stellen. Und mir persönlich gefällt sie auch um Welten besser als die FR-25. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder. Sind ja jetzt nur noch, glaube ich, genau. Der Vierer müssen wir noch vorstellen. Und den Dreier. Also noch zwei italienische DTs. Und dann sind wir mit der Linie auch soweit durch. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine angenehme Woche. Und ich würde noch meine Kanalmitglieder grüßen. Den Trakenia, SR123, Philipp Meyer, Niklas Johnson, Kamikaze, AlphaStar, Testosaurusflex, Marcel Hase, DarkRaptor, Luca, Stefan Hartung, Max Feldmann, DeathrowZoo, Hector86, Leon Laika, RonshotPro, Heiko Dietrich, Meg Lotte, Lindemann1455, AlphaSpatron, BerserkerWolf, Enfesseldenkfarken, Bunterschuh, Der Firstin1979, TheGame, CaptainColor1887, PandaB98, RenéXXX, NikoV8, RaymanHH, AltbeerKing, TDStar und Sirius05. Vielen lieben Dank für euren Support. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin. Euer Adlerwoch. Macht's gut.